Musik Loderndes Feuer in einem Kamin erzeugt nicht nur Wärme, es ist ein Stück Lebensqualität. Herzlich Willkommen, mein Name ist Sascha Böhmer, ich begrüße Sie in unserer Welt der Kamine. Das Unternehmen gibt es seit über 20 Jahren. Gegründet habe ich das Unternehmen 1988 mit einem alten Auto und einem noch älteren Anhänger. Heute bauen wir jährlich über 1000 Kamine für Kunden in ganz Europa, individuell, ganz nach ihren Wünschen. Jeder Kamin ist ein ganz persönliches Unikat und das in einer kompromisslosen Qualität für Ihre Wohlfühloase. Musik Wie sieht Ihr Traum vom Kamin aus? Inspiration für Ihren ganz persönlichen Ofen holen Sie sich am besten in einem unserer Kaminstudios. Musik Hier finden Sie viele Ideen, von der eleganten klassischen Linie über den edlen Landhausstil, Kaminlandschaften bis hin zum Designofen. Keiner Ihrer Wünsche wird unerfüllt bleiben. Musik Unsere individuelle Planung macht es möglich, jedes Kaminmodell in ein bestehendes Raumkonzept einzuarbeiten. Ihren Vorstellungen vom perfekten Kamin sind in unseren Manufakturen keine Grenzen gesetzt. Musik Spätere Änderungswünsche können mit unseren Planern in einem persönlichen Gespräch festgelegt werden. Die Vielfalt an Keramikarten und die umfangreiche Glasurpalette geben einen breiten Gestaltungsspielraum. Ihre Wünsche und Vorstellungen machen Ihren Kamin zum Unikat. Musik Kunden aus ganz Europa schenken uns Ihr Vertrauen. Sie werden ausschließlich von unseren speziell ausgebildeten Fachleuten beraten und betreut. Besonderen Wert legen wir auf gute Beratung, individuelle Planung, exakte handwerkliche Ausführung und eine termingerechte Lieferung. Musik Die Installation des Ofens vor Ort beginnt mit dem Setzen des Heizeinsatzes, dem Herzstück Ihres Kamins. Ein spezieller Tragrahmen aus Stahl sorgt für optimale Statik und lebenslange Stabilität. Musik An der Stellwand des Kamins wird ein hochwertiger Poratstein vermauert. Er ist zugleich Wärmeisolierung und Brandschutz. Kompromisslose Qualität bis ins kleinste Detail. Dafür steht der Name Sascha Böhmer. Musik Um den Heizeinsatz wird ein Sockel mit Lufteinlässen gemauert. Damit bekommt Ihr Kamin eine optimale Belüftung. Musik Auf den Sockel kommt unsere hochwertige Manufakturkeramik. Musik Sitzt die Keramik, wird nochmals Passgenauigkeit und Qualität der Loungeplatte per Hand überprüft. Musik Für ein schönes, loderndes Feuer ist es entscheidend, dass der Rauchrohranschluss fachgerecht gelegt wird. Bei dem Rauchrohranschluss wird mit größter Sorgfalt gearbeitet, denn Sicherheit wird bei uns großgeschrieben. Im nächsten Arbeitsschritt wird das Zentrum des Ofens, die Feuerstelle, mit handgegossenen Schamottsteinen ausgekleidet. Durch eine hauseigene Zusammensetzung des Materials hat der Ofen eine besonders lange Glutphase. Musik Jedes Detail wird auf seine Funktionalität überprüft. Laufruhige Schienenführung und Scheibenspülung werden einem Qualitätstest unterzogen. Musik Jetzt bekommt der Kamin die von Ihnen gewünschte Form. Mit den Sascha-Böhmer-Speichersteinen, die mit dem eigens für uns entwickelten Mörtel verklebt werden. Musik Mit einem hitzebeständigen und rissfesten Ofenputz versehen wird der Kamin zum Highlight ihres Raumkonzeptes. Musik Die Feuertaufe ist der Abschluss und zugleich der Höhepunkt der Kamininstallation. Zum ersten Mal lodert das Feuer im Ofen und Sie spüren ein Stück gewonnener Lebensqualität. Kaminkauf ist eine Vertrauenssache. Dass Sie sich für ein Modell aus unserem Hause entscheiden, dafür gibt es gute Gründe. Für uns war das Design des Ofens sowie die Individualität, die uns entgegengebracht wurde bei der Planung und der Ausführung, ein ausschlaggebendes Argument, um diesen Ofen so zu kaufen. Wir sind hier sehen, mit der Arbeit in der letzten Woche waren wir sehr zufrieden, wurde sehr professionell ausgeführt und auf unsere Wünsche auch dementsprechend eingegangen. Wir planen und bauen auch für Sie Ihre persönliche Wellness-Oase und freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Kaminstudio Sascha Böhmer. Musik 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 Musik